Die 10 Schritte Anleitung, mit der du deine Konkurrenz in jedem Markt abhängst. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Nick und hier dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video möchte ich mit dir über die 10 Positionierungsgrundsätze sprechen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Wort Positionierung gehört hast, aber es steckt eigentlich schon im Wort drin und zwar geht es darum, wo positionierst du dich im Markt. Wer bist du, wie wirst du wahrgenommen und warum sollten andere Leute, fremde Menschen zu dir kommen und bei dir kaufen, egal was du anzubieten hast. Und das Zauberwort ist Positionierung und deine Positionierung ist das A und O, das darüber entscheidet, wie viel Geld du verdienen wirst, wie lange du am Markt bleiben wirst und ob du vor oder hinter deiner Konkurrenz bist. Und bevor wir tiefer in das Thema Positionierung reingehen und nicht dir erkläre, wie ich mich positioniert habe, warum und welche Positionierungen andere mega erfolgreiche Unternehmen haben, möchte ich mit dir über die 10 Grundsätze sprechen. Weil man überall erstmal ein Fundament setzen muss. Ein Fundament, das dafür sorgt zu verstehen, wie, warum, weshalb, wer, wo positioniert ist. Und das wirst du jetzt erfahren. Der erste Positionierungsgrundsatz heißt anders, nicht besser. Stell dir folgende Frage, was bekommt dein Kunde bei dir, was er sonst bei niemand anderem bekommt? Das ist eine extrem wichtige Frage, weil was unterscheidet dich denn jetzt tatsächlich? Es geht am Ende nicht darum, besser zu sein, sondern darum, anders zu sein. Wenn du immer behauptest, du bist der Beste, du bist der Beste hier, das Beste dort, das Beste dort und hier und jenes, das behauptet jeder von sich. Das ist nichts Greifbares. Was viel greifbarer ist und was dich unterscheiden wird von allen anderen Leuten da draußen in dem Markt, ist es, wenn du anders bist. Wenn du das Wort besser austauscht durch etwas, was dich anders macht und was deinem Kunden einen anderen und besseren, ja hier habe ich es wieder verwendet, tatsächlich besseren Mehrwert bietet, als das, was die Konkurrenz anzubieten hat. Der zweite Positionierungsgrundsatz nennt sich außergewöhnlich, nicht exzellent. Gute Leistung ist immer selbstverständlich, das heißt, du musst gute Leistung bringen und gute Leistung ist keine Ausrede bzw. kein Ersatz dafür, dass du nicht zusätzlich noch außergewöhnlich bist. Weil wenn du nicht nur gute Leistung bringst, sondern außergewöhnlichen Support, außergewöhnlich gut bist in dem, was du machst und wie du das machst, außergewöhnlich freundlich bist, außergewöhnlich viele Bonis dazugibst. Und wenn du wirklich etwas kreierst und schaffst, wo der Kunde sagt, warte mal, das hat meine Erwartungen übertroffen, dann schaffst du es wirklich außergewöhnlich zu sein und dich von allen anderen Leuten abzuheben, die einfach nur gute Leistung bringen, aber drumherum sich nicht drum scheren, was da passiert. Der dritte Positionierungsgrundsatz nennt sich Erster sein. Je kleiner die Nische ist, umso einfacher ist es, Erster zu sein. Und das ist mit das Entscheidendste überhaupt. Du musst verstehen, dass der simpelste und einfachste Weg, irgendwo erfolgreich zu werden, ist es, Erster zu sein. Und du kannst Erster, wenn du glaubst, das ist nicht mehr möglich irgendwo, vertrau mir, wir werden in den folgenden Videos erarbeiten, wie du in weiteren Nischen noch viel erfolgreicher sein kannst und wie du dort noch viel einfacher Erster wirst, als es dir überhaupt einfallen würde. Der vierte Positionierungsgrundsatz ist eine neue Kategorie erfinden. Das ist im Prinzip mit einer der wichtigsten Punkte schlechthin, weil wenn du keine Möglichkeit findest, irgendwo Erster zu sein, dann erfinde eine neue Kategorie. Erfinde dich dein Business neu. Erfinde ein neues Wort, eine neue Branche. Einfach komplett neu. Wenn du weißt, dass du etwas hast, was es so noch nicht auf dem Markt gibt, dann reih dich nicht dort ein, wo die anderen Leute schon alle sind, sondern erfinde eine neue Kategorie. Der fünfte Positionierungsgrundsatz ist, besser spitz als breit. Umso größer dein Angebot ist, umso schwieriger ist es, Aufmerksamkeit dafür zu erlangen und du bist weniger glaubwürdig. Wenn du ein Bauchtaschenhändler bist und du hast Sonnenbrillen und Schlappen dabei und dann hast du noch, keine Ahnung, Spielsachen dabei und Luftballons und Pfeifen und Sonnencreme auch noch und dann verkaufst du noch plötzlich Wassermelonen und Getränke, ja, dann ist es schwierig Aufmerksamkeit zu erlangen. Und glaubwürdig zu bleiben. Wofür bist du jetzt überhaupt Experte? Was macht dich denn jetzt tatsächlich einzigartig? Ja, deshalb es ist ein Naturgesetz, dass Spitz immer einfacher reinkommt, reindringt in den Markt und du da auch viel einfacher an Aufmerksamkeit kommst und glaubwürdig bist, wenn du für eine Sache stehst als für viele Sachen. Der sechste Positionierungsgrundsatz ist es, ein Grundbedürfnis zu wählen und kein Verfahren. Wenn du ein Grundbedürfnis wählst, das du befriedigen bzw. stillen möchtest, ja, dem du dienen möchtest, dann dienst du deinem Kunden unabhängig und kannst ihm wirklich helfen. Wenn du aber ein Verfahren wählst, ein System wählst, dann machst du dich abhängig und bist Sklave eines Systems oder eines Verfahrens, was teilweise ja nachher schon veraltet sein kann, nicht mehr funktionieren kann und du kannst deinem Kunden nicht mehr individuell helfen und nicht individuell seinen Bedürfnissen dienen. Der siebte Positionierungsgrundsatz ist die kleine Zielgruppe. Bilde deine Zielgruppe nicht um die Kunden herum, die du schon hast, sondern um die Menschen herum, um die Gruppe von Menschen herum, die du als Kunden gerne haben möchtest. Umso kleiner deine Zielgruppe ist und umso lauter du das kommunizierst, umso einfacher, simpler und schneller wirst du diese dementsprechend auch anziehen in dein Leben und in dein Business und kannst dann nachher größer werden. Weil umso größer die Zielgruppe ist, umso ungenauer wird nachher die Vorstellung von ihnen, die Preiskategorie von denen, die Bedürfnisse von denen. Wenn du aber eine kleine Zielgruppe hast, kannst du diese ansprechen ganz genau und diese nachher auch anziehen zu dir, die genau das haben, was du ebenfalls möchtest von einem Kunden. Weil im Dienstleistungsgeschäft und auch im Produktgeschäft, überall anders, zählt es nicht mehr, dass der Kunde König ist. Klar ist es schön, dass der Kunde König ist, aber zwei Parteien müssen zusammenpassen. Der Dienstleister muss Spaß haben und wirklich die Wertschätzung vom Kunden kriegen. Und der Kunde muss auch wirklich die Leistung kriegen von dem Dienstleister, die er braucht, die er möchte und die ihn aus den Socken haut. Der achte Positionierungsgrundsatz ist, löse ein Problem. Was sich einfach anhört, fällt den meisten Leuten schwer. Das Entscheidende ist, dass du Probleme löst für deinen Kunden und du dich fragst, welches Problem löst du für deinen Kunden. Ab dem Zeitpunkt, wo du herausgefunden hast, welches Problem du für deinen Kunden löst, findest du auch relativ schnell heraus und wirst verstehen, welche Grundbedürfnisse dahinter stehen. Ab dem Zeitpunkt, wo du verstanden hast, welche Grundbedürfnisse dahinter stehen, kannst du viel klarer und besser kommunizieren. Weil umso größer der Schmerz beim Kunden ist und den er über ein Problem kommuniziert, umso einfacher hast du es, ihn nachher abzuschließen. Weil das Problem ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist im Prinzip einfach nur das, was der Kunde kommuniziert. Was den Schmerz aber wirklich verursacht, ist ein Grundbedürfnis, was ungestillt ist. Und wenn du verstanden hast, welches Grundbedürfnis hinter einem Problem steckt, kannst du viel einfacher und schneller Kunden akquirieren und ihnen besser helfen. Ab dem Zeitpunkt, wo auch der Schmerz viel größer wird beim Kunden, hat er auch ein viel größeres Interesse, einen Spezialisten zu finden, der ihm wirklich helfen kann, statt einen Generalisten oder einen Allwissenden. Der neunte Positionierungsgrundsatz ist, dass du darüber reden musst. Die Brücke von dir zum Kunden ist das Marketing. Wenn du nicht genug Menschen von dir und deiner Dienstleistung erzählst, weiß keiner davon. Wenn keiner davon weiß, kann niemand darüber sprechen, niemand zu dir kommen, niemand die Ergebnisse kriegen und niemand Empfehlungen bringen. Das heißt, du musst Marketing machen, du musst über das sprechen, was du machst und wie du das Ganze machst. Der zehnte Positionierungsgrundsatz ist, bestimme den Preis. Wenn du Experte bist, kannst du den Preis bestimmen. Wenn du aber ein Generalist, Allwissend bist oder kein Experte, dich nicht spezialisierst und du nicht positioniert bist, dann musst du einen gnadenlosen Preiskampf bzw. Wettbewerb mit allen anderen Leuten, die das ebenfalls nicht verstanden haben, mitmachen. In dem Sinne, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Schreib mir doch gerne in die Kommentare rein, welcher Positionierungsgrundsatz dir am besten gefallen hat und welchen du sofort umsetzen wirst. Und welche du bisher schon umgesetzt hast. Vielleicht schreibst du mir sogar mal deine Positionierung in die Kommentare rein und ich kann dir ein kleines Feedback geben oder in einer zusätzlichen Episode auf YouTube oder im Podcast kann ich mal darauf eingehen und mal ein paar meine Gedanken dazu geben, wie du dich noch spitzer und besser positionieren kannst, um höhere Preise verlangen zu können. Gib dem Ganzen, gefällt mir, wenn es dir gefallen hat und teil das mit jemandem, der unbedingt davon profitieren muss und wird. In dem Sinne, das war es von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Nick. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.